Hier sehen wir das Rio Helios. Das ist natürlich mittendrin in der Partymeile. Es hat leider noch nicht eröffnet. Deswegen kann man es leider nicht besichtigen. Schade. Hier direkt neben dem LTI Neptune Beach und hinten ist das Ipeado Star Hotel. Das ist direkt hinten dran. Und hier geht es direkt drüber zum Beach.